Sie suchen einen Ort zum Entspannen und Relaxen. Einen Platz für die ganze Familie, um Spaß zu haben. Sie träumen von einer eigenen Wellness-Oase, um zu zweit unvergessliche Momente zu genießen. Holen Sie sich den Urlaub nach Hause mit den exklusiven Whirlpools der Firma WSG. Wie soll Ihr Wellness-Paradies aussehen? Sie wissen es noch nicht? Wir helfen Ihnen dabei. Mit unserer individuellen, auf Sie abgestimmten Beratung finden wir den perfekten Whirlpool für Sie, der auch 100% zu Ihnen passt. Wir führen in unserem Sortiment hochwertige Whirlpools mit herausragender Technologie und innovativen Designs für ein einzigartiges und unvergessliches Badeerlebnis. Wohin dürfen wir Ihren Whirlpool liefern? Mit unserem Rundum-Sorglos-Paket übernehmen wir die Lieferung, die Montage sowie Installation Ihres Whirlpools an Ihrem Wunschort. Unsere Mitarbeiter geben Ihnen eine professionelle Einweisung, sowie Tipps und Tricks für die tägliche Anwendung. Und sollte trotzdem etwas mal nicht funktionieren, bieten wir Ihnen eine umfassende und schnelle Soforthilfe. Mit unserem Service starten Sie unbeschwert in Ihren Urlaub. Von zu Hause aus. Fühlen Sie die entspannende und wohltuende Wirkung von warmem Wasser. Lassen Sie sich aktiv massieren und tanken Sie neue Energie im heimischen Umfeld, als ob Sie im Wellnessurlaub wären. Tun Sie Ihrem Körper und Ihrer Seele etwas Gutes und erfüllen Sie sich Ihren Traum von Ihrem eigenen Whirlpool. Neugierig auf unsere Whirlpool-Modelle? Dann besuchen Sie unseren Showroom und lassen Sie sich von uns beraten. Natürlich können Sie uns gerne auch telefonisch oder per E-Mail kontaktieren. Machen Sie Ihr Zuhause zu einem traumhaften Urlaubsort mit Ihrem Whirlpool von WSG. Wir freuen uns auf Ihren Besuch.